Guten Tag, mein Name ist Elias und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, dürft ihr euch für das nächste Schuljahr zwei Leistungskurse aussuchen. Diese könnt ihr dann frei wählen und wie so eine Leistungskurswahl aussieht, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ähm, ja, alles klar, ich nehme Probi und Geschichte, das kann ich relativ gut. Aber das geht ja gar nicht. Ich brauche eine Naturwissenschaft oder eine Fremdsprache. Was kann ich denn am wenigsten scheiße? Mathe, da werde ich überfordert sein, fällt weg. Physik, ist Mathe ein interessanter? Wenn ich darüber was wissen möchte, schaue ich mir YouTube-Videos an, werde ich überfordert sein, weg. Chemie, konnte ich in der Mittelstufe schon nicht, weg. Dann bleibt Französisch und Englisch. Wie sieht's denn mit Englisch aus? I don't think so. You have won the cup. You have winning every game. Conglaboration. Ja gut, wenn der das kann, dann werde ich das wohl auch schaffen. Ich nehme einfach mal Englisch. Und dann bitte. Ich gebe dich bis dann. Ich gebe dir. Du bist mit Englisch.